Hallo. Meine liebe, liebe Nadett. Alles, alles Gute zu deinem Geburtstag. Wir wünschen dir, alles, was du dir wünschst, soll in Erfindung gehen. Und sonst helfe ein bisschen nach. Dankeschön. Vielen lieben Dank, mein Liebling. Wir lieben dich ganz, ganz doll. Tschüss. Morgen. Today is Wednesday. Today is my birthday. Happy birthday to me. So, ich drive. Ich muss das hier in Stirling. Oh, I have to drive now to pick up my, to pick up Rosa. Today is my birthday and we would like, we will celebrate. Happy birthday to my birthday. So, my friends. My friends and I will be going to the bakery. Oh, it's so hot today. Today is 21.5 degree in the car or outside. I don't know. I think outside. Outside. 21.5 degree outside. The sun shined, shined brighter. And, yeah. I am driving to Rosa to pick her up. And then, we will be going to celebrate my birthday. Okay. So, say you later. So, say you later. Babu. Wait. So, Rosa is there. Are you waiting to say you're going to see you? Do you want to know me when I'm going to? Wait. Okay. I'm going to say you're going to be waiting. I'm going to say, you're going to see you. So, your surprise is I'll go and see you. So, look at me. So, my dad. Und dann gucken sie es. Warte warte, warte mal. Wie war es hier? Warte, warte mal. Ich glaube, dass sie hier hinweg zu kommen. Ja. Warte, wann geht's dir? Ich glaube, es war dann am Tag. Es war dann am Tag. Und es ist mein Tag. Ich habe es gehört, dass sie an ihm zu machen. Geht mit Imge und blühen, dann ging es Glead und mit Imge. Geht mit Imge und so am ING. Imge und dann auf Engel ... Then si Inge punte von ... Das ist der Inge. Dann geht das. Dann geht es ihm. Imge und dann mit Imge und dann wenn sie mit ihm und ihm Ouais. Ja. Warum sind sie so richtig, dass ihr es? Er ist es. jacket gehen. Die ist jetzt einen Traffik. Die Tita-Tits ist da. Die Tita-Tits ist da. Nein, sie haben sie vor dem Morgen. Sie haben sie zurückgebracht. Sie haben sie gesagt. Sie haben sie gesagt. Ja. Sie sind auf der Straße. Sie sind da. 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 Sie haben sie wieder auf. Sie haben die Musik. Sie wissen nicht. Sie wissen die erste, die sind. Sie sind da. Aber es sind bei ihnen alle Promete? Ja, danke. Die sind alle mit der Kuhn auf. Wo sind die? Da sind die Kuhn auch wieder da. Bago? Bago? Ja, das ist vorst, aber bei ihnen gibt es die Produkte dite. Das ist ausgelassend. Das gibt es, wie auch extra, es hat mich da. Das hatte sich viel Geld gemacht. Von denen, wir brauchen es die kleine Kuhn, Es ist nur so orange. Es ist nur so orange. Es ist auch nicht so orange. Es gibt keine Kissen. Es ist auch Marmelade. Es ist auch die Dagehan? Es ist auch die Dagehan. Es ist auch die Verordnung. Es ist auch die Fitness. Es ist auch die B. Wir sind hier bei der Bequere. Wir sind hier in Bekaray. Hier sind sie hier. So, wo ist meine? Wir sind hier in Bekaray. Wir sind hier in Bekaray. Wir sind hier in Bekaray. Wer ist das? 52. Okay. Okay. Wer ist das? Wir sind hier in Bekaray. 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 Das ist Cappuccino. Cappuccino. Wir sind hier in Bekaray. Wir sind hier in Bekaray. Afrikosi bitte. Afrikosi? Ja. Ja. Und eine noch dazu? Noch alles. Cappuccino noch? Ja. Wir sind hier in Bekaray. 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 Marmela. Afrikosi und Honig. Was ist das beste? Nurstruh. Ja. Himbeer bitte. Ich würde nicht essen. Oh, kein Honig. Ah, das ist Honig. Ah, okay, da. Danke schön. Das ist die Karte. Ja, ich mache die 2x Potenzial. Jetzt werden sie dran. Naguto, wie geht es? Kann ich noch ein Kapp? Kann ich noch ein Kapp? Kapp, hol. Hefegrams, Brötchen. Hefegrams, Brötchen. Ent земlich ist es. Jetzt sind sie hier. Sp угelde aus. Wenn meineände einfach einfach hate. Bek 350 das ist. Was ist das aber То? Wir sind gleich da. Eu catalog quierenえば Kقتist Damboiel. Wir sind hier wieder in Barfusser, Ausbraucherei in Räutlingen, mein Geburtstag weiterfeiern. Hier ist Barfusser. Hier wird Flammkuchen gemacht. Oh lecker hier! Was ist das für ein? Aber die Sonne scheint. Ja, sucht ihr was hier. Was willst du essen, Barfusser? Was willst du essen? Was trinkst du? Ich trinke Schäule. Und vielleicht Flammkuchen. Was isst du, Jan? Auch in Flammkuchen. Hier ist auch Bier. Bierprobe! Papa, hast du meinen Geburtstag können mit der Stinktree? Ja, Papa. Ja? Willst du probieren, Janne? Hm? Bierprobe. Drei Gläser. Eins für dich, eins für mich und eins für Papi. Hä? Probieren? Oder? Oder? Und dann kannst du noch extra Wasser trinken, oder, Papa? Ich trinke da ja nicht alle. Du kannst alle trinken. Bitschi, wir probieren mal diese Bierprobe. Bierprobe? Mit welchen Bier darfst du denn sein? Ach so. Die sind aber nur so kleine, gell? Ja. Also drei Stück. Mhm. Also... 100ml. Genau. Was sind die für... Entweder Bockbier. Die Bestseller. Bockbier und blondes. Einfach drei von denen. Ja, blondes, schwarzes und ein Bock. Ich möchte diese ein bisschen... Nicht so bitter. Was so bitter ist? Nicht so bitter ist... Weiß ich nicht. Einfach verwehren. Leichten Bananen, die probieren wir hier. Süße hier. Schwarz ist der Süße. Ja, blonde. Also dann noch mal einen schwarzen... Also zwei Bierproben, oder? Einer. Nur ein. Und dann einen Radler. Okay, eine Sekunde. Dann aber... Bock hier, blondes und schwarzes. Okay. Und... Ein Radler. Genau. Groß, süß wahrscheinlich, oder? Ja. Okay. Bei dir? Äh... Was soll man machen? Cooler oder eine Spitze? Oder... Johann ist bei Scholle. Hm? Was willst du trinken? Wie, oder? Ich dachte, wir machen jetzt die Drachen noch nicht. Ja, das sind nur kleine Dinge da, nur zum... 100ml noch, so wenig. Ja, dann nehme ich eine große Cola an. Okay. Auch? Auch eine Cola? Ja. Auch groß. Okay. Erstens. Schauen Sie noch, oder wissen Sie schon? Achso, wir haben noch gar nicht geguckt. Alles gut. Ja. Wir haben noch nicht geguckt. Wir schauen einfach. Ja, danke. Was? Hast du schon geguckt? Was? Mein Zahn ist komisch. Mein Zahn ist komisch. Mein Zahn ist komisch. Da ist kein Zahn, deswegen ist der komisch. Aber der daneben ist komisch. Wer da? Ähm... Gibt er auch? Gibt er auch? Achso, das ist die... Barfladen, frisch aus dem Steinofen. Es gibt Barfladen, frisch aus dem Steinofen. Es gibt Barfladen, frisch aus dem Steinofen. Es gibt Barfladen, frisch aus dem Steinofen, frisch aus dem Steinofen. Ich dacht. Was? Hast du schon geguckt, deine... Ja, ok, ok. Achso. Achso, achso mit Brot. Für unsere kleinen Gäste... Bist du klein, Mo? Oder bist du wohl lieber Brot, Sini? Hm? Ich bin so gut. Hm? Ja, Brot, gell? was hittest du essen was hittest du essen was burger beer pro bag was gibt es da verschiedene wie heißt es? blonde blonde beer warum blonde heißt? weil es blonde schwarz weil es schwarzes und das? das war das andere bockbeer 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 was willst du probieren Janne? ich finde es schon da ich ja schon das habe er kann das wirklich für dich hä? warum? rost 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 Wenn du willst. Darf ich deine auch ausprobieren? Blutti ist auch lecker. Kannst du alles senken. Was willst du, Momo, essen? Hier kommt die Frau jetzt. Wie heißt das? Burger mit Salat. Burger mit Salat. Burger mit Salat. Ausbrühe? Rapplang. Dann Bärchen alle, Janne. Dann gibt es Flammkuchen. Flamkuchen. 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 Spick und Zwiebel. Bei Janne isst Salami. Guten Appetit. Bibi Bibi. Nachschub bestellt. Wir haben viel Hunger. Guten Appetit. Flamkuchen. Was ist das? Rucola und? Flamkuchen. Mit Rucola und. Speck. Späck. Und Käse. Mal probieren. Wir gehen jetzt nach Hause oder spazieren bisschen. Ja, solange es noch so heiß ist, dann kann man doch schön laufen. Das ist auch noch... Danke, dass du meine Tür aufgemacht hast. Danke, danke schön. Kann man losfahren? Kann man losfahren? Danke. Danke schön. Bitte schön. Dass ihr mit mir euch gefeiert habt. Einmal für die Einladung. Was ist das? Danke, Mo. Für eure Glaubwünsche. Danke euch. Ich hatte angekommen im Wassertrittbecken. Und das Wasser ist aus, leer. Ist vielleicht abgepumpt, geputzt. Und jetzt bläst neues Wasser. Und wo ist das Wasser? Das alte? Es ist scheinbar abflussgespart. Und das hat er gerückt. Wie? Abflussgespart und dann ist weggelaufen. Wird ausgepumpt. Ausgepumpt? Ja. Wir dürfen rein. Im neuen Wasser. Im neuen Wasser? Ja. Und wo kommt das Wasser? Nein. Nein. Wo kommt das Wasser? Nein. Aber von wo? Irgendwo. Also hier ist das Loch. Und dann fließt das Wasser runter. Okay. Komm fertig. Wir können auch hier rein. Woh. 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 Hallo. Meine liebe, liebe Nadette. Alles, alles Gute zu deinem Geburtstag. Wir wünschen dir alles, was du dir wünschst. Es soll in Erfindung gehen. Und sonst helfe ein bisschen nach. Dankeschön. Vielen lieben Dank, mein Liebling. Wir lieben dich ganz, ganz doll. Tschüss. Dankeschön. Wie viel Ohr jetzt? Alles Gute, Mahal zu deinem Liebling. Mein liebes Mahal. Alles Gute zu deinem Geburtstag wünschen wir. Lass es dir immer guter gehen. Und alle deine Wünsche sollen in Erfüllung gehen. Und sonst helfe wir nach. Liebe dich. Love you. Hallo. Dankeschön. Vielen lieben Dank, mein Schatz, mein Liebling. Schatzlein. Du hast meine Wünsche erfüllt. Juhu. Wünschlos glücklich. Ich bin wünschlos glücklich. Okay? Dankeschön. Tschüss. Jetzt ist mein Blog beendet. Und es ist auch schon fast dunkel. Jetzt ist es um 20 Uhr. Was? 20 Uhr? 21 Uhr, oder? Nein, 21 Uhr jetzt. Und wir laufen noch draußen. Es ist immer noch warm. Und immer noch 30 Grad. 24 Grad. Nicht 30. Ja, so ähnlich. Ja. Und kein Wind. Und jetzt ist mein Kindball-Sucks-Vlog zu Ende. Tschüss. Ade. Ciao. So, thank you for watching. Bye-bye. See you next time. Kita, kids. Bis zum nächsten Mal.